Ah, knapp. Knapp war's. Knapp war's. Naja, also die Hälfte des Lebens noch. Das nennt dann jemand wie ich halt knapp. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Es fehlt nicht mehr so viel. Ich habe ja jetzt gegen Ende gar nicht mehr so viel Leben verloren, außer gegen irgendwelchen... irgendwelchen Kram, den ich noch nicht so richtig antizipiert hatte. Nennt man das so? Weiß es nicht. Okay. Erstmal wieder runterkommen, um wieder da in irgendeiner Art und Weise überhaupt hinzukommen zu dem Dude. Wir müssen ja dann auch wieder den Großen erst nochmal killen. Das hasse ich. Warum müssen wir immer erst nochmal den Großen killen? Kann ja eigentlich einfach dort bleiben. Ich mein... Ups. Shit. Au. Na, das will ich irgendwie nicht. Nicht so wie ich will. Komm. Hey, ja, komm. Ich will das ja gerade einfach nicht so. Na, also. Und dafür sind wir jetzt auch direkt Doe. Ich bin schon mal zu getroffen. Auf der anderen Seite sieht das cooler aus, wenn ich nochmal so in den Reinspringe. Und dabei verhaue. Naja. Kann ja nicht immer nur cool aussehen. Manchmal muss man das auch einfach ordentlich machen. Also, nicht, dass es gerade wahnsinnig ordentlich aussah, aber hey. So, töten wir jetzt die beiden Dudes, die davor stehen noch. Also zumindest den da hinten natürlich, aber die anderen, da bin ich mir ja nicht so hundertprozentig sicher. Man haut der mögliche in den Rücken, ne? Der eine. Es sei denn, ich kriege das irgendwie so hin, vielleicht, dass der nicht direkt auf mich zugesprintet kommt. Aber ich weiß nicht, wie. Ich glaube fast, ich muss die killen. Sonst kriege ich wieder Probleme. Also, ich weiß nicht. Ich will nicht mit weniger als vollem Leben in den Kampf gehen. Und wenn die mich dann erst wieder irgendwie in den Rücken schlagen, ist das irgendwie crap. Ach komm. Was war das denn für eine Aktion, hm? Macht er seinen dritten Schlag nicht, damit ich ihm nicht in den Rücken schlagen kann, oder was hat der gelernt? Pieks. Na, so nicht. Ich kann schon, äh. Schon wieder nicht in den Rücken schlagen. Wieder nicht. Er will nicht. Der mag mich nicht, der Dude. Ja, ich mag ihn ja auch nicht. Also, aber trotzdem. Na, also. Geh rauf. Bist du nicht tot? So geht das aber nicht mehr Leben als die anderen. Er gibt natürlich auch mehr Erfahrung als die anderen. Na ja, gut. Ja, komm. Dann töten wir die wieder. Es gibt ja immerhin Funkeltitan. Jedes Mal, wenn ich die alle töte. Also, von daher ist das gar nicht so schlecht. Ich hoffe, mir nachzulaufen. Oh, oh. Ich treffe ihn nicht mal. Oh, Mann. So, das war schon mal ordentlich. Ordentlich viel Schaden gemacht. Komm, mach den mit deinem Schild nochmal. Genau. Hier. Passt. Uhuhuhuhu. Da kam die Lanze schon auf mich zu. Ei, 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 ei. Okay. Das geht ja jetzt inzwischen auch deutlich flotter. Immerhin. Ich bin natürlich eben, muss man auch dazu sagen, manche Attacken von den Bossen sind ziemlich gut ausgewichen. Ich hoffe, dass ich das vielleicht nochmal hinkriege. Wäre natürlich schade, wenn nicht. Aber... Das funktioniert halt auch nur manchmal so gut. Komm. Schade. Damit hat ich irgendwie nicht gerechnet. Das war cool. Das sah auf jeden Fall wieder cool aus. So, benutzen wir die Auffrischung und laufen noch einmal zurück zum Schmied. Wir wollen ja unser Funkeltitan abholen. Na, so. Also, ich möchte zumindest mein Funkeltitan abholen. Kann man bestimmt irgendwann noch gebrauchen. Und wenn es nur dafür ist, die Rüstung zu verbessern, was standen da so drauf? Abgrund? Ne, Abruf zu Abgrund. Was denn? Wo denn? Kein Abgrund. Achtung, Schmied. Les mir eigentlich die Dinger ja immer ganz gerne durch. Auf der anderen Seite steht da meistens auch immer Achtung vor dir, Zerrfeind. Na ja, also. Das ist halt kein Feind. Oder ich meine, wenn man da hochgeht, natürlich kann das natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Kommt man in dem, man kommt ja aber gar nicht hoch. Eigentlich. Strange. Ja, ja, komm, Funkeltitan. Nur eine kleine Scherbe? Nö, ich komme zu. Na ja, das mache ich. Ich werde mich bemühen. Bald, bald, bald. Hoffentlich unter den Lebenden. Famosekiste. Ja, ich nehme an, dass da irgendwas Geiles drin ist, aber ich will den Schmied trotzdem nicht killen dafür. Und scheinbar kommt man da so nicht dran. Oder er wird dann böse und will nichts mehr machen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren, denn dafür ist der Schmied zu cool und wichtig. Also, finde ich. Der kann halt sehr coole Sachen machen. Tja, was steht hier? Das sieht irgendwie so scheinbare Wand. Naja, aber ich komme da noch nicht durch. Wo ist denn das eine scheinbare Wand? Das geht nicht. Das ist keine scheinbare Wand. Das auch nicht. Das auch nicht. Ach, verarsch mich doch nicht. Das hätte mir bestimmt auch schon irgendjemand gesagt, wenn das keine scheinbare... Wenn das eine scheinbare Wand wäre. Versuch's mit Gegenstand. Hm? Hier oder was? Wiegt das nicht? Was war das denn jetzt gerade? Hallo? Hä? Was? Was zum... Hä? Oh, ich habe ein Estus. Ich habe eine elfte Flas gekriegt. Warum habe ich eine elfte Flas gekriegt? Also cool. Aber ich verstehe es nicht ganz. Naja, ist ja egal. Kann ich gebrauchen. Vielen Dank, wer auch immer. Ich will nicht sagen, mir die gegeben hat. Aber vielleicht ist es ja doch irgendwie in der Art und Weise so. Du stürmst mich doch jetzt. Nein, du stürmst mich gar nicht an. Was ist denn da los? Ich mache halt alles kaputt. Oh, ey. Überlegt mal, ne? Wenn ihr mich hier killt, dann müsst ihr doch noch... Dann bleibt ihr doch noch hier. Und ihr macht einfach alles kaputt. Da wäre ich doch schön blöd. Ja, an eurer Stelle nichts zu machen, aber gut. Au. Er hat mir den Rücken geschlagen. Aber nur einmal dafür, dass ich dem anderen fast die Hälfte seines Lebens abgezogen habe. Das ist also ziemlich gut. Das ist gut gelaufen gerade. Au. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Oh, crap. Das war echt nicht... Das war echt nicht gut. Das war gar nicht gut. Shit. 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 Ich will den Dicken wieder im Fokus haben. Ich will den Dicken wieder im Fokus haben. Genau deswegen. Autsch. Ich weiß nicht, warum mich das jetzt irgendwie getroffen hat. Hat, 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 hat. Shit. Hey, kommt wieder von der Seite. Dafür kommt der große... Wow. Da kommt er drin. Shit. Das habe ich doch wieder 2 Flast gebraucht, um relativ wenig Schaden zu machen. warum hat er mich da jetzt getroffen das verstehe ich nicht ganz ausgeglichen ausgeglichen da bin ich wieder ausgeglichen okay jetzt bitte erst mal wieder kann ich das eigentlich abbrechen nein kann ich nicht wir gucken uns das jedes mal wieder an das ist immer der zeit der zeitpunkt wo ich einen schluck wasser zu nehmen oder kaffee je nachdem aber der kaffee ist gerade alle und ich habe gerade nicht so viel zeit in den neuen zu brauchen das heißt erstmal ist das wasser dran so jetzt möchte ich mir erstmal wieder mit der normalen weil es geht hoffentlich 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 so kommt neben anderen bitte den anderen den anderen schuss das ist nicht der schuss den überdust gerade auf zu rennen das finde ich in ordnung schieß feuer penner nein nicht so steht das wollte ich nicht steht das wollte ich nicht steht das wollte ich nicht auf dann bin ich gleich bei den nächsten zumindest voll schieß schieß ja oder macht zumindest schon mal alles kaputt ist auch in ordnung ich will euch ja ich will dich ja sehen hatten wir ja schon hatten wir ja schon darüber geredet ich sehe ich gerne wenn ich gegen dich kämpfe mach das nicht mehr warum macht er das nicht mehr den schuss meine ich den anderen den zweimal machst für gewöhnlich da habe ich jetzt gerade ein bisschen shit angst ehrlich gesagt ich bin weit genug weg ich bin weit genug ich bin weit genug ich bin nicht weit genug weg meine fresse da habe ich inzwischen gerade so genug dingens für gerade so genug ausdauer für für den kram und jetzt schießt doch einfach mal auf mich das ist kein schießen du nehm gleich eine flaske sehr gut da endlich machst du es nochmal nein du machst es nicht nochmal ausgewichen wow dem nicht so so haben wir nicht gewettet ha wow wow trifft ihn doch warum was warum habe ich so viel leben verloren was zur hölle was ist da los ähm ich muss mal gerade weg tschüss haha ich wollte gerade sagen wir kommen da von der seite reingelaufen oh oh hu 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 wow was ist denn jetzt für eine aktion hier schon wieder hätte mich schon wieder so komisch getroffen und ich verstehe nicht warum nein nein warum hahaha er hat mich wieder so komisch getroffen ich verdammt 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 du bist schuld du du bist schuld ich könnte jetzt umbringen aber ich lasse es lieber und ich habe vor allem wieder nur noch zehn flas ach sch machen hm 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 Und dann machen wir den auch noch mal. Das hat gerade so schön funktioniert, bis der mich irgendwie mehrmals so komisch getroffen hat. Naja und der letzte, da war ich wahrscheinlich selber schuld, aber ich muss immer noch aggressiver spielen. Ich bin der Meinung, dass das der richtige Weg ist gegen den Rosen. Nah bei ihm sein, damit er mich nicht trifft, mit seinen meisten Attacken. Nicht alle, manche, da geht das nicht. Aber bei manchen Attacken, da muss ich sehen, was das ist und dann ausweichen. Oder ich sollte vielleicht allgemein mehr versuchen, lieber versuchen auszuweichen als, ähm, hier, Dingens. Da hinten ist nochmal so ein Ding, von wegen, als wäre da irgendwas. Ähm, lieber versuchen auszuweichen als, ihn zu blocken. Und das Blocken, so wie es aussieht, funktioniert ja nicht so richtig doll. Da hast du dich verschätzt, mein Freund. Da hast du dich aber grob verschätzt. Naja, da aber auch. Von daher, was möchte er hier? Achtung vor mir, Truge. Da ist keine, ist doch gar nichts. Was ist denn da? Hier ist nirgendwas. Ich hätte gerne, dass da was ist, aber da ist nirgendwas. Möchten die beiden hier wieder? Versuch's mit Gegenstand. Hm, na was ist denn für ein, waaah, was ist denn für ein Gegenstand? Ganz langsam, ich kann das auch. Und dann, äh. Und dann Attacke wert. Äh. Nee, überhaupt nicht so. Shit, shit. Diesmal hat er mich getroffen, da hatte ich zu wenig Ausdauer übrig. Alter. Jetzt willst du aber auch gerade gar nicht mehr, ne? Moment, ich verziehe mich mal gerade und benutze schon mal eine Auffrischung. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Mal wieder hier reinkommen, ne? Hi, 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 naja, nee, das ist, das ist mir egal. Da war ich eh schon so weit weg gerade. Ich weiß nicht, wie du gehofft hast, dass wir das irgendwas bringen, Freund. Ja. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass er jetzt sich anfängt zu heilen. Was er wahrscheinlich jetzt auch noch nicht tut. Hm. Wann heizt du dich denn? Immer noch nicht. Shit, jetzt kommt wahrscheinlich schon der andere, ne? Nee. Okay. Glück gehabt. Der andere ist da nicht so richtig interessiert dran. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Ein grauer Brocken. Mal wieder. Hatten wir zwar schon mehrmals, aber hey, whatever. Wo bist du denn jetzt hin? Springen noch nicht weg. Shit. Au. Das wollte ich nicht so richtig blocken. Und da kam ich vor allem auch nicht weg. Uh. Komm doch erstmal dahinter weg, bitte. Das ist doch scheiße, wo du da rumhängst. Achtung vor mir, Geist der Finsternis. Hier ist erstmal gerade kein Geist der Finsternis. Ich habe jetzt zwar schon mal gegen einen gekämmert, aber der hat mich auch ziemlich gepownt. Nee, stimmt gar nicht. Der hat mich gar nicht so sehr gepownt. Ich habe den eigentlich ganz gut erwischt, aber... Mehrmals wohlgemerkt. Mehrmals. So, komm. Komm, 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 komm. Ha! Erwischt. So, dann können wir jetzt nochmal wieder eine... ...ein Rüstungsteil... Ach nee, können wir gar nicht, oder? Hatte ich jetzt doch? Ich hatte schon wieder ein Funkeltital. Wir können wieder ein Rüstungsteil verbessern. Das ist schön. Leider... ... hilft mir das nicht so richtig gegen das meiste, was hier passiert. Machen wir mal die Auffrischung, damit wir gleich auch voll sind. So. Also die Rüstung, ja. Gegen normale Angriffe bin ich ja inzwischen schon ziemlich gut geschützt und so, aber noch nicht so richtig gegen... Hier. Blitzangriffe und so. Grundsätzlich, glaube ich, elementar Angriffe machen mir noch ziemlich viel Schaden. Das wäre halt schön, wenn ich das auch noch irgendwie ordentlich hinkriege, aber aktuell sehe ich das nicht. So. Also das... Naja. Ja, wobei, die Blitzabwehr wird zwar auch erhöht, aber das Ding hat auch echt miese... miese Blitz-Dingens-Werte. So, das sind wieder A4. Beim Blitz sind das... glaube ich... in etwa... das ist gleich viel. Okay. Dann verbessere ich jetzt die Stülken nochmal auf plus 3. So. So. Ja, ja. Mach ich. Mach ich, mach ich. Das soll ich auch sonst machen. Wenn ich noch einen etwas besseren Schild haben würde, ne? Achtung, Kopf. Was? Kopf. Kopf. Lügner. Wer hat das? Kopf. Lügner. Lügner. Irgendwas. Hm. Was aufschmied. Ich belege gerade, wenn da steht irgendwas mit Gegenstand, ne? Da steht ja etwas mit Gegenstand. Möchte man gerade etwas ausprobieren. So. Was passiert denn? Wenn ich mich hierhin stelle... Und ach so, den schwarzen Augeapfel, den hatte ich ja schon irgendwie. Äh... Invasion der Welt des Mörders der Feuerhüterin versuchen. Was? Und jetzt? Ähm...